Wie teilt man einen Twitter-Beitrag auf LinkedIn? Vielleicht möchten einige Benutzer es auf LinkedIn teilen, nachdem sie einen Beitrag auf Twitter erstellt und veröffentlicht haben. Normalerweise tun Benutzer dies, um mehr Publikum anzuziehen und Zeit zu sparen, damit sie nicht denselben Beitrag auf LinkedIn erneut erstellen müssen. Geben Sie dazu die Twitter-Anwendung ein. Verweisen Sie auf den Beitrag, den Sie auf LinkedIn teilen möchten. Zum Beispiel gehe ich von diesem Abschnitt aus in den Profilabschnitt und finde den Beitrag, den ich auf LinkedIn teilen möchte. Zum Beispiel dieser Beitrag. Klicken Sie unten auf die Option zum Teilen. Wählen Sie dann diese Option. Wählen Sie nun diese Option hier aus. Wie Sie sehen, wurde der Link dieses Beitrags auf Twitter direkt auf Ihr LinkedIn-Konto übertragen. Nehmen Sie hier die gewünschten Personalisierungen vor und klicken Sie nach Abschluss der Arbeit auf die blaue Postoption, die als Post auf LinkedIn erstellt werden soll. Wie Sie sehen können, gelangt der Nutzer durch Anklicken einfach zum entsprechenden Beitrag auf Twitter. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen. Das Video verabschiedet. Willi Highplay